Sie haben sie nach einem Mädchen benannt, das seine Meinung gesagt hat und dafür getötet wurde. Fast als hätten sie gesagt, sie wird anders sein. You're right. Malala liegt auf der Intensivstation. Sie wurde in den Kopf geschossen, weil sie es wagte, Schulbildung für Mädchen zu fordern. Ich bin immer noch 17, immer noch ein Teenager. I don't know how to do it. Ich weiß nicht, wie man twittert. Tweeted. Tweeted? Die Menschen sollen aus meinen Erfahrungen lernen. Mein Vater hat mich nur Malala genannt. Er hat mich nicht zu Malala gemacht. Es gibt einen Moment, in dem man entscheiden muss, ob man schweigt oder die Stimme erhebt. Die Taliban haben gesagt, Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen. Und wenn doch, wisst ihr ja, was wir tun können. Sie haben mir links in den Kopf geschossen. Sie dachten, die Kugel würde uns zum Schweigen bringen. Niemand glaubte, dass sie überleben würde. Aber ich bin dieselbe Malala. Sie sind die selbe Malala. Ich erzähle meine Geschichte nicht, weil sie einzigartig ist. Es ist die Geschichte vieler Mädchen. Der Friedensnobelpreis geht an Malala, Yousafzai. Wir erkennen, wie wichtig Licht ist, wenn wir Dunkelheit sehen. Wenn wir Dunkelheit sehen. Wie wichtig unsere Stimme ist, wenn wir stumm gemacht werden. Nehmen wir unsere Bücher und unsere Stifte. Sie sind unsere mächtigsten Waffen. Sie sindyigsten Waffen Untertitelung des ZDF für funk, 2017